Wie gut ist dein Allgemeinwissen? Weißt du alle zehn Fragen? Welches Gas ist am meisten in der Luft enthalten? Sauerstoff, Stickstoff oder Kohlendioxid? Etwa 78 Prozent der Erdatmosphäre besteht aus Stickstoff, während Sauerstoff nur etwa 21 Prozent ausmacht. Was ist die Summe der Innenwinkel eines Dreiecks? 180 Grad, 360 Grad oder 90 Grad? Die Summe der Innenwinkel in jedem Dreieck beträgt immer 180 Grad. Wofür steht die Abkürzung LED? LED? Light Emitting Diode, Low Energy Display oder Linear Electron Device? LED steht für Light Emitting Diode, eine energieeffiziente Lichtquelle. Welches Organ filtert das Blut, Herz, Lunge oder Niere? Die Nieren filtern das Blut, um Abfallstoffe und überschüssige Flüssigkeiten zu entfernen. Was ist Demokratie? Regierung vom König bestimmt, Regierung vom Volk bestimmt oder Wirtschaftsform? Was ist Demokratie? In einer Demokratie haben die Bürger das Recht, über Gesetze und ihre Vertreter direkt oder indirekt zu entscheiden. Was ist die Hauptstadt von Frankreich? Berlin, London oder Paris? Paris ist die Hauptstadt von Frankreich und ein bedeutendes kulturelles und politisches Zentrum. Was ist das World Wide Web? Soziales Netzwerk, Teil des Internets mit Webseiten oder eine Programmiersprache? Das World Wide Web ist ein System von Hypertext-Dokumenten, die über das Internet zugänglich sind. Was ist der größte Ozean? Atlantischer Ozean, Indischer Ozean oder Pazifischer Ozean? Der Pazifische Ozean ist der größte und tiefste Ozean der Erde. Was ist ein Monopol? Markt mit vielen Verkäufern, Markt mit einem Verkäufer oder freier Markt? Ein Monopol liegt vor, wenn ein einziger Anbieter die vollständige Kontrolle über ein Produkt oder eine Dienstleistung hat. Welcher Künstler wird oft als King of Pop bezeichnet? Elvis Presley, Michael Jackson oder Justin Timberlake? Michael Jackson gilt aufgrund seines bedeutenden Beitrags zur Musik, seiner bahnbrechenden Musikvideos und seiner rekordbrechenden Karriere als King of Pop. Wie viele der zehn Fragen hast du gewusst? Mach doch gleich das nächste Quiz! Wie viele der zehn Fragen hast du gewusst? Wie alle den Drehen wollen? Vielen Dank.